Meine Bitte, komm ein bisschen nach vorne, warum sitzen Sie so weit? Bitte, komm nach vorne. So weit brauchen wir nicht da sitzen. Als die Schwester Zakeya mich angerufen hat mit der Frage, bist du bereit, am 13. Mai hier zu kommen? Und ich habe gesagt, du hast aber großen Glauben. Das ist ein Mut, mich zu fragen, ob ich bereit wäre, zuerst zu fragen, bin ich der Richtige? Kann ich das? Auf jeden Fall, nein zu sagen, ist das Letzte, was ich mache, sage ich, zumindest versuche ich. Und der Plan, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, um uns ja ein bisschen zu vertiefen, der 13. Für viele Menschen ist es keine griffelige Zahl, aber ich habe schon eine Hochzeit gespendet am 13., das war der Freitag. Immer schon, das war ein paar Jahre vor der Covid-Zeitung, der 13. Freitag, sie haben doch geheiratet. In Fatima, der 13., alle verbinden sofort natürlich mit Gottesmutter Maria. Ja, ich hatte die Zeit, letzte Woche habe ich mich schon damit beschäftigt. Und heute, ausgerechnet vor sieben Jahren, ich hatte das Glück gehabt, dort zu stehen, wo Fatima ist heute. Und das war der 100-jährige, das Fatima-Jubiläum, heute vor sieben Jahren, 2017. Weil ich aus Mönchengladen komme, da bin ich schon elf Jahre, habe ich eine Gruppe organisiert, da waren fast 50 Leute. Da sind wir nach Fatima gepilgert, natürlich unterwegs, Santiago de Compostela, besuchte drei Tage, drei Tage in Fatima. Und dann waren wir über eine Million Menschen, vielleicht manche von euch waren da. Eine Million Menschen, der 13. Mai. Und der Papst Franziskus natürlich hat uns auch besucht, überrascht. Es gibt solche unvergesslichen Stunden im Leben, die uns prägen, die sagen etwas mehr. Und dann habe ich mich beschäftigt, letzte Woche mit Lucia. Lucia, die ich schon jetzt damals, solange sie noch lebte, ein bisschen beobachtet. Sie war für mich, sie ist für mich immer eine Quelle der Inspiration. Das sind zwei Frauen, die ich immer gut im Auge genommen habe. Das war die Lucia aus Fatima. Und die zweite Frau, die mich immer beeindruckt hat, das war die Mutter Teresa aus Calcutta. Diese zwei Frauen, diese zwei Nonnen, besser gesagt, aber die Lucia. Sie hatte Zeit, viele Zeit, also 30 Jahre später nach der Erscheinung im Kloster, wo sie dann auch gestorben ist. Und sie hatte die Zeit, noch alles zu vertiefen und zu schreiben. Und was ich jetzt vorlese, hat die Schwester Lucia selbst geschrieben, 30 Jahre später. Ich zitiere. Ich spielte mit Francesco und Jacinta auf dem Gipfel des Abgangs, der Kova da Iria. Wir bauten eine kleine Mauer rund um ein Gebüsch. Da sahen wir plötzlich etwas wie einen Blitz. Es ist besser, wenn wir nach Hause gehen, sagte ich meinen kleinen Verwandten. Es blitzt, es könnte ein Gewitter geben. Also gut. Und wir begannen, den Abgang zu verlassen. Als wir ungefähr in der Mitte des Abgangs waren, fast neben einer großen Eiche, sahen wir wie einen Blitz. Noch einigen Schritten erblickten wir über eine Steineiche die Dame. Eine Dame, ganz in Weiß gekleidet, strahlende aus, als wie die Sonne. Und sie verbreitete ein noch helleres Licht, also die hellsten Sonnenstrahlen, die durch ein mit Wasser gefülltes Kristallglas scheinen. Überrascht durch diese Erscheinung blieben wir stehen. Wir standen so nachher, dass wir innenhalb des Lichtes bleiben, welches sie umgab oder was sie austrahlte. Der Abstand betrug etwas ein halben Meter. Dann sagte unsere liebe Frau, habt keine Angst. Ich tue euch nichts Besseres. Woher kommen Sie, fragte ich sie. Ich bin vom Himmel. Und was wollen Sie von mir? Ich bin gekommen, um euch zu bitten, dass in den folgenden sechs Monaten jeweils am 13. derselben Stunde hierher kommt. Dann werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich will. Ich werde danach noch ein siebtes Mal hierher zurückkehren. Komme ich auch in den Himmel? fragte ich. Jawohl. Und Jacinta? Jacinta auch. Und Franziska? Auch. Aber er muss noch viele Rosenkränze beten. Ich erinnerte mich daran, so schreibt weiter Lucia, nach zwei Mädchen zu fragen. Mädchen, die kurz vorher gestorben waren. Sie waren meine Freundinnen gewesen, hatten bei meiner älteren Schwester Weben gelernt. Ich fragte, ist Maria des Nebes schon im Himmel? Jawohl. Und sie war damals schon 16 Jahre alt, als sie gestorben ist. Und Amelia? Nein, sie bleibt bis zum Ende der Welt immer fähig vor ihr. Und sie war etwas 20 Jahre alt, als sie gestorben ist. Wollt ihr euch Gott anbieten und alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken wird? Zu Sinne für alle Sünden, durch die er beleidigt wird? Und als bitte um die Bekehrung der Sünder, fragte sie uns. Ja, wir wollen es, war unsere Antwort. Ihr werdet also viel leiden müssen, aber die Gottesgnade, sie wird eure Stärke sein. Als sie diese letzten Worte sagte, die Gottesgnade, öffnete sie zum ersten Mal die Hände. Und sie übermittelte ein so starkes Licht, das wie ein Widerschein von ihren Händen ausging. Es drang uns in die Brust und bis die Tüste der Seele. Und wir erkannten uns selber in Gott, der dieses Licht war. Ein Licht viel klarer, als wir uns besten Spiegel sehen konnten. Durch eine innere Anregung, die ebenfalls mitgeteilt wurde, fielen wir nun auf die Knie und wiederholten ganz innerlich. Nach einigen Augenblicken fügte unsere liebe Frau hinzu, betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden der Welt, um das Ende des Krieges zu erlangen. Und daraufhin begann sie es langsam, langsam zu erheben, in der Richtung des Sonnenaufgangs aufzusteigen, bis sie in der Unendlichkeit der Ferne verschwand. Und das Licht, das Licht, das sie umgab, schien einen Weg durch die Himmelswirrung zu öffnen. Aus diesem Grunde haben wir zuweilen erklärt, wir hätten den Himmel sich öffnen sehen. Ich glaube, dass ich schon in der Schwichte bei Jacinta oder einem Brief dargelegt habe, dass wir eigentlich nicht von unserer lieben Frau Angst hatten, sondern von dem Gewitter, das wir warteten und vor dem wir flüchten wollen. Diese Erscheinungen unserer lieben Frau flüßten uns weder Angst noch Schrecken ein, sondern überraschten uns nur, wenn ich die Frage bejahte. Ob ich Angst gehabt habe, meinte ich die Angst, die ich vor den Blitzen, vor dem Gewitter hatte, vor dem dieselben wollten wir flüchten. Die Blitze waren keine eigentlichen Blitze, sondern ein Widerschein des Lichtes, das sich immer näherte. Wenn wir dieses Licht sahen, sagten wir manchmal, wir seht unsere liebe Frau kommen. Aber unsere liebe Frau konnten wir in diesem Licht erkennen, wenn sie schon über eine Steineiche war. Deshalb, damit üben, das habe ich verstanden. Denn Kind, Gesein vor Gott, alles Widerwärtige mit Liebe anzunehmen, das führt mich zu ihm, zu Gott, so schreibt Lucia. Und wie Maria am 13. Mai sagte, betet täglich den Rosenkranz. Rosenkranz ist die Waffe im heutigen Kampf gegen den Satan, der sich entfesselt hat, in den Höhepunkt bald erreichen wird. Und das Leid unter diesem Sinn ist hier mehr, mehr erklärt. Wer leidet, sollte es in diesem Sinne annehmen, zur Sinne für unsere Sünder, für alle Sinne der Welt. Und natürlich, wie Gottes Mutter sagte, um die Bekehrung der Sünder. So, in der Zitat, so, die Schwester Lucia im Kloster Coimbra, wo sie die letzten Jahre auch verbracht hatte. Schwestern Brüder, was ist dieser Rosenkranz, den wir jeden Tag, das glaube ich, jeder von euch hat hier im eigenen, diesen Rosenkranz ist etwas, was Gottes Mutter Maria uns anvertraut. Warum, fragen wir uns, warum ihr selber, ist dieser Rosenkranz, sich er immer trägt, eigenen, so wichtig? Ich will nie vergessen, unser Professor, im Seminar damals, vor 30 Jahren, schon eben, er wollte uns das erklären, in der biblischen Betrachtung. Er sagte, wir müssen zurückkommen auf das Alte Testament und jeder von euch hier kennt diese Geschichte, da bin ich sicher, der riesige Goliath und der kleine David. Euch bekannt? Kommunionkinder bügt diese Geschichte, die Kommunionkinder spielen diese Geschichte. Ich bin der Goliath, ich bin der David. Was ist das Besondere in dieser Geschichte? Die Kinder sagen, das Besondere, der Goliath ist zwei Meter über hoch, der stärkste, der beste. Alle haben Angst vor dem Goliath. Heute sagen wir etwas, was wir als Diktatur nennen, ja, er war diktatorisch. Und der kleine David, zwölf, vierzehn, fünfzehn, sechzehn Jahre alt, wissen wir nicht, ein kleines Kind, sagen wir. Und der König Saul, er wollte die Philistinense auch besiegen, aber dieser Du, dieser Deal zwischen Goliath und Saul war klar, warum sollten wir alle sterben in diesem Krieg? Stellt euch einmal, wie viele Philistinense machen das Gleiche, wenn der stärkste, wer gewinnt? Heute brauchen wir keinen Krieg. Einfach, ne? Ja, und der Kleine, es gab keine, die sich dann wollte vorstellen. Der König Saul machte sich viele Gedanken, wer ist der Stärkste unter uns? Er denkt ganz irdisch, der König, der König Saul. Das Interessante in dieser Geschichte ist, der David, er kommt von sich selbst. Keiner hat ihn gerufen, keiner hat ihn gefragt. Der Saul hat viele, die besten Ritter gefragt. Die alle hatten Angst. Das Kind, wir kennen, das Kind hat keine Angst. Nieden von dem Goliath. Das Kind hat keine Angst. Das Kind glaubt, vertraut. Und der Saul kann nicht das zumuten. Natürlich, der Saul ist verantwortlich. Und Kind, wenn du verlierst, sowieso bist du schon jetzt verloren, dann gehen wir alle als Sklaven. Ja, und was sagte der David, was tut er? Er sagte, nein, ich kann das. Ich schaffe es, weil ich habe so viele Bären verjagt. Aber wie? Du bist kein Ritter, du hast kein Schwert, du hast kein Panzer, keine Rüstung, Ausrüstung. Genau das, mit diesem Schleuder in der Hand. Und ein Schleuder braucht viele, viele kleine Steine, Kisselsteine vielleicht, sagen wir. Und diese kleine, kleine Steine, für einen Schleuder, war die beste Waffe für das Kind. Mit diesen Steinen, Kisselsteinen, sagen wir, hat viele Bären verjagt. Und er will mit diesen kleinen Steinen den riesigen Goliath besiegen. Und der Professor kommt jetzt zurück, ich will den mich wieder. Der Professor hat heute uns erdeuten, dass diese kleinen Kisselsteine, vielleicht 50 zusammen, hatte David gehabt. Das war nichts anderes, als was wir heute hatten, Rosenkranz. Ein kleines Stein, eine Perle, die mächtig ist, eine kleine Perle mächtig ist, den riesigen Goliath zu stürzen. Aber glaubst du daran? Wir müssen nicht daran glauben. Die Bibel sagt das. Und die biblische Wahrheit, die Wahrnehmung, ist klar. Durch dieses Kind ist Gott bereit, alles zu ändern. Unsere Geschichte heute, was es läuft, was ist los heute mit uns? Ukraine vor zwei Jahren, jetzt Gaza, Palästinien, Israelisch. Es gibt so viele Diktatoren, Diktaturen und jeder zeigt die Muskeln. Wer ist stärker? Ich bin der Goliath. Ich habe hier zu sagen, ich bestimme eure Zukunft. Wie viele Goliathen haben wir heute auf dieser Erde, mein Gott, mein Gott. Ja, und welche Waffe brauchen wir? Natürlich, wir produzieren, die Deutschen sind Meister, Weltmeister in Waffen, wir führen keine Kriege, aber wir liefern jede Waffe. Finden wir Glück, man kann Geschäfte machen. Natürlich. Wir produzieren, es ist so viel, es fließt heute so viel Geld, in den letzten zwei Jahren, seit der Ukraine. So viel Geld ist verschmolzen heute für die Waffen, das sind nicht die Millionen, nicht die Milliarden, das sind die Billionen, Trillionen unterwegs. Der Hunger in Afrika beeindruckt keinen, aber der Krieg, dafür haben wir jede Waffe. Wir machen den Goliath immer stärker. Ja, und welche Lösung hat unsere Zeit? Was sagt der König? Der Könige Saul, damals und wie heute? Was sagen die Menschen, die besten Politiker? Sie reisen in die ganze Welt. Und je mehr sie reisen, desto ohnmächtig sind sie noch mehr. Gerade wir stecken in einem, wir bleiben in einem Stau. Ein Stau vor dem Stau. Wir leben in einer Angst, in einer Angst vor der Angst. Ja, und wohin geht die Reise? Gerade die Bibel, die biblische Geschichte, dieser David und Goliath kommt wieder zurück. Um unsere Lösung zu finden, brauchen wieder jemand oder nicht nur eine, so viele, wie du und ich, wie heute hier diese kleine Kapelle. Wir brauchen einen kleinen David unter uns. Wir brauchen diese Waffe, wie David zeigte, diese Schleuder, diese eine Perle, diese einen Stein. Das reicht. Und das, was uns Angst macht, was uns die Angst treibt, der Goliath, er hat nichts zu sagen. Er bestätigt unsere Zukunft. Und deswegen darum, was ist los, ist sie da. Vor 100 Jahren Fatima. und sie hat durch Fatima Geschichte die ganze Portugal als Nation gerettet. Das wissen sie alle, besser als ich. Es gab keinen Krieg in Portugal. Warum? Der Portugal war der kleine David. Er war da. Sie haben gebetet. Sie haben Gottesmutter mehr anvertraut, als wir heute. und deshalb. Diese Gottesmutter Maria in Fatima damals, was sie sagte, was sie versprochen hat, das ist nichts anderes als die Bibel. Die Bibel sagt das Gleiche. Wir brauchen solche Menschen wie Gottesmutter, die uns überkommen, überraschen und stellen uns vor eine ganz neue Aufgabe. Heute vor 100 Jahren, 107 Jahre, ganz genau, Fatima Begehung. Maria Gottesmutter sagte, es reicht. Stopp. Sie hat uns zuerst eine, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die gelbe Karte gezeigt, dann die rote Karte. Bei dem Fußballspiel ist bekannt. Jetzt kommt die gelbe, dann kommt die rote Karte. Wenn sie kommen, sagt sie, stopp, es reicht. In Ukraine, in Gaza, in Israel, so viele Menschen sind gestorben. Der Pastor Franziskus sagte vor ein paar Monaten, vor zwei Monaten, glaube ich, war das, bei dem Angelus-Gebet am Sonntag auf der Peterplatz, es gibt mehr als 40 Kriege, 44 Kriege, die heute geführt werden. 44. eine biblische Zahl. Es reicht, das sagt der Papst Franziskus, es reicht, sagt Gottes Mutter Maria. Es reicht, was das reicht. Wir beleidigen Gott, das ist die Botschaft. Mit jedem Krieg, mit jedem Missbrauch, mit jedem, meine deine Sünde, die wir auch beichten, ich beleidige Gott. wenn Mama zu Hause sehen muss, zusehen muss, dass sie zwei, drei Kinder streiten oder sich schlagen, sogar nicht, was das wäre, Mama ist, fühlt sich beleidigt. Tja, es reicht, sagt Mama zu den Kindern, es ist die Zeit, euch zu versehnen, bitte setzt euch hier, zuerst getrennt, und dann redet. So waren wir damals in Schlesien, ich sende, erzogen. Es reicht, Gott zu beleidigen. Es reicht, die Familie zu beleidigen. Es reicht, die Kirche, Jesu Kirche zu beleidigen. Mein Gott. Ja, und diese Beleidigen, heute hat schon groben was. Wo ist Gott noch nicht beleidigt? Wo die Familie ist, nicht beleidigt? Mein Gott, da möchte ich jetzt nicht hier stehen bis morgen früh und erzählen. Das wissen Sie besser als ich. Dieser Rosenkranz ist die Marienswaffe, diese kleine Perle und so mächtig. Die Pate Pio sagte, diese kleine Perle ist mächtiger als die Atombombe. Hat er das mal gehört, gelesen? Es ist mächtiger als die nukulären Waffe. Aber glauben wir daran wirklich? Dann sind wir, wenn wir daran glauben, dann sind wir genauso wie die kleine David gegen riesigen Goliath, der uns heute in die Angst treibt. Und wir wissen, was die Angst ist. Und ich meine, nicht direkt den Krieg. Natürlich, der Krieg ist die größte Angst. Vor zwei, drei Jahren Corona, Lockdown, Spritzen. mein Gott, wer von uns hatte keine Angst? Tja, die Angst ist die Waffe in der Bibel des Besönen. Die Angst ist die Waffe für den Teufel. So die Bibel, klare Texte, ob wir das Sehen erkennen, verstehen, keine Ahnung. Aber der Teufel will uns immer jagen in die Angst. Warum die Angst ist ihm so wichtig? Warum die Angst ist die größte Waffe für ihn? Weil er weiß ganz genau, wenn wir uns in eine Sackgasse treiben lassen, die Angst, die Sackgasse, wir werden alles, wirklich alles machen, was er erwartet, was er uns befehlt. Das ist der Punkt. Dass Gott aus Mutter Maria kommt, mit eigener Waffe, nicht die Angst. Das haben Sie gerade gehört. Lucia schreibt. die erste Woche von Gottes Mutter Maria und Fatima waren, habt keine Angst. Das ist der Punkt, wo heute die Angst herrscht. Das ist weg von Gott. Gott ist nicht da. Wenn die Angst verschwindet, er ist da. Sie ist da. wo Gott an den Werk kommt, verschwindet die Angst. Das erzählen mir auch Menschen in Möschende, im Krankenhaus oder manche zu Hause, als sie sagten, Pastor, als der Arzt mir gesagt hat, welche Krankheit ich habe, die unheilbar ist und wie viel Zeit mir noch bleibt, also medizinisch betrachtet, wie viele Monate immer noch bleiben, dann habe ich Angst gespürt. Aber später, dann habe ich begonnen zu beten, mit Gott zu katern, ihm etwas mehr zu vertrauen, dann habe ich bemerkt, Tag zu Tag, die Angst ist geschmolzen, wie die Glötscher, die heute schmelzen. Die Angst muss weg. Das ist unsere erste Aufgabe. Ich komme zurück zu dieser Goliath. alle der Sau, nicht die ganze ganze Vergissung, sie haben Angst vor dem großen, riesigen Goliath, wer keine Angst hatte, wer war. Das kleine Kind, David mit seiner Waffe. Gottes gute Maria, wenn sie kommt, das heißt, sie hat etwas zu sagen. Wenn sie kommt heute zu uns, das heißt, sie sieht eine Gefahr für uns. Wenn sie kommt, heißt, oh, das ist die Stunde, eine andere, meines Lebens. Und was in Fatima geschehen ist, geschieht heute in Medjugorje. Darf ich fragen, wer von euch war schon da? Danke. Ich selber, letzten Monat war ich wieder. und dann erfahren wir nicht aus unserer Neugier oder aus unserer Neugier. Jemand sagte mir zu mir, willst du auch die Gottesmutter die Wunder sehen? Sagt er, welche Wunder? Ich fahre nicht nach Medjugorje oder Fatima, um die Wunder zu sehen. Leute, bitte, bitte, ich brauche keine Wunder. Wunder ist, als sie ist da und uns eingeladen hat. Das ist Wunder. Wunder ist, morgen früh aufzustehen und die Fügel zu hören, wie sie heute diese Frühlingszeit aus der Zeit, die Freude ist wieder da, die ganze Natur ist prächtig, redet über die Freude. Wer redet heute noch über die Freude? In Medjugorje. Gottes Mutter sagt Gospel. Unser Gospel hat die gleiche Botschaft wie in Fatima. Und sie sagt einmal, dass ich hier weiter vollziehen, was ich in Fatima begonnen habe. Ende Zitat. Ihre Worte. Sie verbindet klare Texte. Ich war in Fatima, ich war in Lourdes, ich war in so vielen Ecken dieser Welt. Heute bin ich hier in Medjugorje. Und die Botschaft ist nichts anderes, immer die gleiche, weil sie die gleiche Mama ist. Jede Mutter hat immer die gleiche Botschaft, egal welche Zeit, egal welche Umstände. Und was sagt sie uns? Vielleicht manche von euch begleiten oder lesen, ich lese jeden Monat, 25. Tage des Monats, diese Botschaft aus Medjugorje. Es gab keine Botschaft bis jetzt, nach 40 Jahren, die uns Angst gemacht hat. Oder hat das jemand so empfunden? Umgekehrt, bei jeder Botschaft ist fröhlich, befreit, manchmal eine kleine Mahnung. Zum Beispiel oft sagt der See, der Satan ist stark. Passt auf, der Satan ist stark. Aber noch stärker als der Satan, als der Goliath ist David. Wenn du diesen Rasenkranz in deine Hand nimmst, bitte, du brauchst keine Angst, du brauchst keine Angst vor dem Satan, aber er hat nichts zu sagen. Natürlich, er tut, was er will, aber bei Gott, er hat nichts zu sagen. Dafür sorgt sie. Diese Angst und gegenüber dieser kleine Rosenkranz, das sind zwei Waffen. Damals wie heute nichts anderes. Welche Waffe ist uns wichtiger? Welche Waffe ist die, die uns heilen kann? Begleiten, stark machen wie den kleinen David. Die Gottesmutter in Fatima, heute die Gospel in Medjugorje, die gleiche Botschaft. Sie zeigt uns immer den Jesus, gleich folgt die Anbetung, die Eucharistie. Sie ist, wie der große Heilige sagte, die beste Straße, die schnellste Straße Gottesmutter Maria zu Jesus. Die schnellste Straße zum Himmel, Ende Zitat. Sie weiß, wo wir stehen. Sie weiß, was macht dich traurig. Sie weiß, was macht die Angst. Sie weiß das ganz genau. Und sie ist da. Unsere, meine Aufgabe ist, einfach zu kommen. Und live in live, also Gesicht zum Gesicht, sie sagen, hier habe ich meine Angst. hier bin ich traurig. Das und das hat mich verletzt. Bitte heile mich, befreie mich von dem, was mich klein macht. Eine Mutter und ein Kind, sie finden immer die gleiche Sprache. Sie werden sie immer verstehen, weil das Vertrauen ist da. Sie vertraut uns etwas näher. Natürlich die Gospel, die Gottesmutter Maria aus Fatima, sie will uns nicht nur den Himmel zeigen, sondern in den Himmel füllen. Das haben diese drei Kinder, Francesco, Jacinta, Lucia, sie haben den Himmel gesehen, stimmt das? Sie haben den Himmel gesehen und Fake Feuer haben sie gesehen. In Medjugorje ist nichts anderes, die gleiche Botschaft. Diese Kinder haben alles gesehen, um nicht Angst zu jagen, sondern um sie zu beruhigen. Der Himmel ist das schönste und möglich für jede von uns. Himmel ist möglich, auch dann, wenn es schwierig ist. Es gibt keinen Weg zum Himmel ohne Leid, sagt der Gottesmutter Maria das Mal. Es gibt keinen Weg zum Himmel ohne Leid. Und Heken wird streiten warum. Warum das Leid? Braucht die Menschheit das Leid? Wir sagen, nein, nein, wir wollen keinen nicht Leid, warum? Brauchen wir das nicht? und trotzdem ja, das Leid, es gibt kein Himmel ohne Leid, ohne Leiden. Also meine teologische Auslegung verstehe ich das, wisst ihr, weil Jesus Christus Gott, Gottes Sohn, er hat gelitten wegen uns, für uns, mit uns. Leid wurde Jesus Christus nicht erspart, umgekehrt zugefügt. Und eigentlich, wenn wir uns selbst gucken, jetzt jeder von euch, gucken wir uns selber, dieses Leid, das dir und mir begleitet, ist von anderen Menschen zugefügt oder von dir selber ausgearbeitet, gemacht, getan. Welches Leid ist jetzt bei dir größer von anderen Menschen zugefügt, bewusst oder unbewusst, so wie die Menschen oder von uns selbst gemacht. Und da sage ich, wow, welchen Quatsch habe ich jetzt gebaut. Ich leide darunter, aber bin ich selber schuld. Anderes Mal, ich leide noch mehr darunter, aber bin ich unschuld. Die anderen haben mit was zugefügt. Nämlich wie den Josen aus Ägypten, der Gerechte, der Josef aus Ägypten, der Karriere gemacht hat, dieser Josef war der Beliebte bei dem Vater. Und trotzdem, alle Brüder haben verkauft, weggeschickt, weggejagt. Er hat gelitten, mein Gott. Er wusste, was Leiden heißt, weil er selber war nicht schuld dabei. Darunter aber war gelitten. Seine Brüder haben dieses Leid zugefügt. Und das passiert unter uns genauso. Es ist so. Dieses Leid in der Bibel kann aber etwas Gutes machen. Dieser Josef, die Menschen, die mehr leiden, sind mehr in der Lage, die ganze Lage zu überblicken, zu verstehen und das Gute machen zum Schluss. Da kommen sie alle Brüder zusammen. verkauft haben und er hat ihnen nicht nur etwas verkauft, aber hat sich mit ihnen versöhnt. zuerst geweint ein erwachsener Minister bei dem Pharao. Er hat geweint wie ein kleines Kind wegen des Leides, die sie ihm zu gefügt haben. Und dieses Leid verwandelt Josef in größte Freude. Dieses Leid, das wir Jesus Christus zu gefügt haben, durch Pilatus, durch viele anderen, verwandelt Jesus in der Freude, aus der Freude, die Verzeihung entsteht. Leid ist auch wieder eine andere Waffe, die uns zerstören kann, physisch, moralisch, und umgekehrt dieses Leid, eine Waffe, die uns wieder aufbauen kann und noch größer machen. Mein Gott, so ist die Bibel verrückt, so ist Gott, ganz anders als die Menschen, er selber sagt, meine Gedanken sind eure Gedanken, meine Wege, nicht eure Wege. Bei Gott, alles was groß ist, macht Gott klein. Und alles was klein ist, macht Gott groß. David und Goliath haben das gezeigt, das Große ist weg, das Kleine kommt rein. Die Demut und die Hochmut bei uns, jeder von uns, weiß ganz genau, was Hochmut ist, und die Demut. Und das gehört zur Erziehung. So, dass wir uns Gott der Mutter auch sagen, vertrauen, sei nicht so hochmutig. Wie viel, was brauchst du noch mehr zum Leben, dass wir den Himmel nicht verlieren, dass er die Christi Himmelfahrt letzte Donnerstag, letzte Woche gezeigt. Christi Himmelfahrt. Das ist deine Meinung, unsere Aufgabe, dass wir den Himmel nicht verlieren. Wissen Sie, was der Himmel ist? Natürlich jeder von uns hat eigene Vorstellung oder Erklärung. Die Bibel sagt etwas klare Texte über den Himmel. Es Jünger fragen, Meister Jesus, was ist der Himmel? Erklärt uns das. Und ich sagte, naja, okay, mit dem Himmel ist nichts anderes wie mit einer Hochzeit. Himmel ist wie eine Hochzeit. Die Hochzeit ist Gemeinschaft, die Liebe, die Hochzeit ist, guten Wein zu trinken, kann der Galilea. Natürlich! Würde wir in der Himmel Wein trinken? krankt mich jemand. Keine Ahnung, aber warum nicht? Der Himmel ist etwas, was Gottes Mutter uns jeden von uns wünscht. Deshalb kommen sie so oft und zu der Gorg wieder zurück. Das ist vielleicht ihre letzte Stelle. Vielleicht, das wissen wir nicht, das können wir nicht wissen. Aber so habe den Eindruck, weil die letzte Erscheinung in Medjugorje zu Medjugorje gehören. Diese Erscheinungen bis heute nach 43 Jahren haben noch nicht aufgehört. Und warum? Weil sie spürt die Not. Nicht ihre, unsere. Sie spürt unsere Not, sie wissen, wir sind ohne sie verloren. Ohne sie sind wir verloren. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Zukunft ohne Jesus. Dann sagt Gottes Mutter Maria. Ohne ihn haben wir keine Zukunft. Und was machen wir heute? Ach, wir versuchen alles. Ohne Gott. Die Ideologie, egal welche. Wir haben viele Ideologen heute, in der Politik, in Brüssel. Manchmal ich fürchte mich. deshalb der Himmel ist ihr so wichtig, viel wichtiger als unsere arme Mutter Erde, die uns glücklich machen will und kann, aber was machen wir damit? Himmel, Christi Himmelfahrt, ein großer Heiliger über den Himmel sagte, wenn wir irgendwann den Himmel erreichen, werden wir dreimal staunen. Das Erste, dass wir Gott erstes Mal Auge zu Auge, Gesicht zu Gesicht sehen können und dürfen. Genauso wie das kleine Kind nach der Geburt, welche Freude für Mama, eigenes Kind zu sehen, Augen zu schauen und den ganzen Himmel abzulesen ist, Augen des Kindes. Dass wir Gott schauen dürfen, das Erste Staunen, das Gleiche weiter, wir werden staunen, sei der große Heilige, dass im Himmel sind viele Menschen, die wir damit nicht gerechnet haben, sich zu sehen in dem Himmel. Wie kann die Kommunion Kinder, der Pastor, ist der Hüter auch im Himmel? Er sagte, wow, warte, warte, ich ja, darf ich nicht, weiß ich nicht, aber die Bibel, diese Jesu Kreuzigung auf der linken rechten Seite, was sagt von der rechten Seite der Kriminalist, wir sagen Terrorist, Herr, denke mich, wenn du im Paradies seinst. Und die Jesus klare Antwort, heute noch. Der Erste Heilige hat Jesus gesprochen und es war kein gerechter kein toller Mensch wie Christen du und ich das war Kriminalist, Terrorist, Diktator gekreuzigt. Ihm hat Jesus Paradies versprochen. Da muss ich dich atmen. Im Himmel werden wir begegnen Menschen die sagen Unglaublich du bist im Himmel passt nicht das ist nicht mein Himmel aber gleichzeitig der Große Heilige sagt im Himmel werden wir Menschen nicht begegnen die wir erwartet haben das tut weh da muss ich zertifatmen etwas mich verschlucken sagen was heißt das wie mein bester Freund meine beste Freundin sie ist nicht da nein vielleicht als Ergänzung sagen wir noch nicht noch nicht da wie wie die Gottesmutter sagte zu Lucia Lucia hat sie gefragt meine beste Freundin mit 20 Jahren sie im Himmel Gott sagt nein bis Ende der Welt sie bleiben im feigen Feuer aha das heißt manche Menschen die gestorben sind sind noch im Himmel weil der Weg zum Himmel ist noch lang und nicht so einfach bis Ende der Zeit bis Ende der Welt warten viele auf den Himmel das sind ihre Worte nicht meine das sind Botschaften nicht aus dieser Welt sondern von der anderen Welt diese Logik des Himmel ist eine andere als unsere irdische und sie kommt deswegen und sie sagt uns sie zeigt uns den Himmel nicht um sagen wow es geht gut im Himmel geht gut welchen Palast habe ich jetzt nein sie zeigt dem Himmel dass sie sie will in diesen Kinder in uns Sehnsucht wahre Sehnsucht Wachen erwecken dass du die Sehnsucht hast die Deutsch feige Feuer also Deutsch feige Feuer unglücklich besetzt Purgatorium heißt offiziell die Kirche redet über Purgatorium ist nichts anderes als die große Sehnsucht nach Gott die große Sehnsucht also die menschenfähige Feuer sagen diese Purgatorium sie befinden so verstehe ich die Bibel sie sehen den Himmel wie durch das Fenster aber sie sind noch nicht da sie sehnen sich genauso wie zwei Verliebte sie lieben sich ohne ja also wirklich und geht nicht mehr sie und sich lieben heißt sie spüren die Sehnsucht aber der eine sitzt in Afrika in Amerika und sie lieben sich die Sehnsucht ist da aber sie können sich noch nicht umarmen das ist Purgatorium ja die Sehnsucht die tiefste Sehnsucht du hast die Sehnsucht nach Himmel nach Gott alle die das sehen aber du bist noch nicht da du bist noch unterwegs einfach und gleichzeitig bisschen naja ich gucke jetzt in die Uhr weil ich verlieferle ach mein Gott ich wollte noch euch Zeit stellen für eine zwei drei Fragen vielleicht ich möchte nicht so viel reden das ist monoton das ist langweilig bei der man wie oft bei mir selber habe ich eingeschlagen weil etwas langweilig ich möchte euch nicht langweilen sondern dass wir heute an diesem 13. Mai in die Augen schauen uns fragen wow hundertsieb jahre und dann gleich wo bist du gottes mutter heute medjugorje was sagst du uns was liebst du von warum kommst du so oft warum liebst du mich so dann die eine von den die gottes mutter gesehen haben in medjugorje die kennenzeltische geschichte besser als ich eine fragte glaube das war die mirjana oder Ivanka keine Ahnung warum bist du so schön zu Gottes mutter es ist so schön warum ist so schön hat jemand die antwort gehört weil ich liebe danke weil ich liebe schaut euch vor gerade das darum geht es wenn du lieben kannst und willst und tust du das dann bist du der schönste der schönste dieser Welt da brauchen wir keine miss der Welt oder welche Madonna noch in die Wiener oder in die Suchen gucken was die Zeitungen treiben und zeigen Leute bitte du bist die schönste wenn du bist jetzt kommen die Fragen oder wer von euch hat etwas was euch jetzt bewegt an diesem Abend wie heute ich rede zu muss keine Frage sein einfach ein Gedanke wo bist du beschäftigt was beschäftigt jetzt wo bist du was möchtest du mitnehmen heute nach hause wo fühlst du dich befreit freilich also danke Sonnenwunder richtig ja das heißt in den vor sieben Jahren Fatima wir waren drei Tage ich hatte die Zeit die Möglichkeit ich habe das Haus von Lucia besucht und ich setze zwei Kinder auf also Portugaisen in Portugal damals die Mensch war so klein sie brachte keine große Tiere oder Fenster die musste immer sich wippen beugen in das Haus reinzukommen habe ich das Bett von Lucia gesehen hier hat sie gelebt bla bla und dann es gibt ein Museum wo alles ist Fatima Geschichte dokumentiert und wir wissen das was sagt es am 13. Juni 13. Juli 13. August bis den 13. Oktober das Interessante ist das war glaube ich Juli oder Juno sich hat Gottes Mutter Maria angesagt ich zeige euch ich bringe euch ein Zeichen des Himmels am Himmel zu sehen und alle Menschen die neugierig sind können dass sie wirken ob sie glauben oder nicht glauben sehen und das die portugiesische mediale Welt Zeitung Fernseher Radio haben die Not die Nachricht ausgebreitet so weit das diesen 13. Oktober waren wir wissen ganz genau man rechnet man redet über 70.000 sie waren da unter ihnen viele die nicht geglaubt gaben sie kamen aus Neigier sie wollten Wunder sehen Journalisten ja Journalisten waren die ersten Kameras damals Fotokameras sie haben alles gedreht und gerade das was sie gedreht gaben Fotos und dann alle die Menschen die erzählt haben was haben sie gesehen erlebt alles kann man nachschauen nachlesen es gibt wissenschaftliche Beweise ja was heißt dieser 13. Oktober als sie kamen also die gleiche Zeit um 12 Uhr glaube ich Mittagszeit es hat geregnet und wehen und dann plötzlich um 12 wurde die richtige Zeit plötzlich die Wolken wachen sich auf von nichts kommt die Sonne und zuerst haben sie gespürt die Wärme wie die Sonne welche Wärme schennt oder strahlt die Sonne sie haben das gespürt weil sie waren alle total nass und plötzlich alles was war nass war trocken und das die Sonne beginnt sich zu bewegen also sie dreht sich so und dann immer diese Distanz und Nähe haben sie erlebt sie waren momentan so zu weit dann wieder zu nah so zu nah sie haben alles gespürt sie haben geschrien sie haben geschrien diese 70.000 hat geschrien weil die Sonne kam zu nah sie haben sich geschrackt in die Knie vielleicht gebetet manche und dann die Sonne wieder zurück und sie machen immer die Kreise deshalb genannt ist diese diese Zeichen Tanz die Sonne hat getanzt und nicht nur getanzt die Farben Regenbogen oder gestern vorgestern haben sie die Polaren gesehen also ich sage das für ein Zeichen der Zeit heute was die Natur alles nicht kann was die Natur nicht spendet unmöglich und unglaublich diese Sonne hat wirklich getanzt und dieses Spektakum das gedauert keiner weiß ganz genau aber man redet von sieben bis zwölf Minuten sollte diese Tanz dauern sieben bis zwölf Minuten als alles sich beruhigt und haben bemerkt Regen ist weg Wolken sind weg ich bin trocken bitte wie das sind keine Märchen die Erzähler alles hat Lucia geschrieben und nicht nur Lucia sondern die Menschen die damals als Zeugen alles Wissenschaftler sie haben alle ganz schöne ja wissenschaftliche Beweis bewiesen und kann man heute alles nachgucken nachlesen und so ich frage mich warum redet keiner darüber wie viele Menschen sagen es gibt keine Wunder ne wie Dörf und so nach Fatima Medjugorje nicht anders Medjugorje kann Gospa auch sein vertraut ich zeige euch ein Zeichen es kommt ein Zeichen am Himmel für alle alle Menschen werden das sehen können diese zehn Geheimnisse sind bekannt aus Fatima dieser Brief vom Himmel was die da die Mirjana oder Mirjana glaube ich hat es bekommen diesen Brief vom Himmel zehn Geheimnisse ja sie warten und eine zu den Geheimnissen die sind die Rede über Zeichen für alle Menschen die nicht glauben oder Menschen die diese Zeichen sehen wollen am ganzen Himmel wann das kommt wie das wissen aber nicht die Zeichen der Zeit sind das Thema heute das Thema ist das Thema Gottes Mutter Maria ich reise gerne um die Welt vor allem in Lateinamerika Europa wo ich meine sechs Jahre verbracht habe ich sage Ihnen so viele Länder die ich gesehen habe ich habe kein Land gesehen ohne Gottes Mutter Maria in jedem Land sie war da sie hat Spuren hinterlassen und nicht nur jetzt in Guadalupe Mexiko auch in Bolivien in Cochabamba in Peru überall in Afrika in Asien Japan sie war da sie geht vom Haus zum Haus vom Land zum Land von Kontinent zum Kontinent sie ist nie mit sie ist mit ich bin mit dem habe nichts zu sehen danke für die Frage nächste oder andere stimme die stelle tut auch gut ne vielleicht rede wird zu viel ich ich könnte noch was anschauen und zwar es passt aus sie sind aus in den Schoko heute ich möchte den Meschela heißt ja richtig da gibt es auch die Benediktiner auf jeden Fall mit ihrer Art zu beten ja und ich selber habe auch war ich erst gewesen und die beten ich würde sagen fünfmal am Tag sind in der Kirche zu gemeinsamen Gebetszeiten und die pflegen halt ihre uralte Tradition die aus dem 8 7 6 Jahr Jahr und die Zeit hatte ich eine Benediktin damals genau und das pflegen die und das ist wunderschön und ergreifend und was und die kennen den gemeinsamen Umkreis kennen die nicht das passt in ihr Programm und finde ich was würden sie zu dem sagen darf ich nicht ich meine schon also ich kenne schon wir arbeiten zusammen Pater Karl Pater Rainer wirklich eng zusammen manche von Menschen Benediktiner sie beten Rosenkranz natürlich aber Einzelne nicht gemeinsam das ist interessant gemeinsam mal also sie beten 5-7 Mal am Tag Ora et Labora sagte Benedikt damals und was sie was die Benedikt sagte machen sie das heute sie sollten so viel beten wie arbeiten also sie ganzen Tag haben sie strukturiert in drei Einheiten sieben Stunden schlafen sieben Stunden beten acht Stunden beten acht schlafen acht stunden arbeiten also provisorisch bisschen also ein Gleichgewicht zwischen schlafen beten und arbeiten das hat die Devise des Benedikt aber damals so verstehe ich ihre Frage der Benedikt in seiner Zeit Rosenkranz war damals nicht so bekannt wie heute wer hat damals Rosenkranz gebetet wer von den anderen Heiligen hat Rosenkranz gebetet ist gute Frage und ich glaube deswegen offiziell Rosenkranz gehört nicht zum Benediktiner regeln also seinem was er geschrieben hat sondern die Patres die Benediktiner ich persönlich kenne ich weiß sie geht auch mit Rosenkranz also sie beten Rosenkranz nicht gemeinsam getrennt aber sie beten es meine richtige Frage Antwort ist keine Angabe ich verstehe und ja es gibt Kloster Gemeinschaften nicht bei der Dekrine offiziell sie beten keine Rosenkranz was bewegt euch ja bitte ja kann man das so verstehen dass alles was uns bedrängt das Geizlein Schild gehalten Worte sind wenn man es der Mutter geht macht sie einen Schatz draus es gibt keine Hoffnungslage Hoffnung hoffnungslos hoffnungslos lage gibt es bei Gottes Mutter Maria nicht es gibt immer sie sie macht sie macht sich selber auf dem Weg mit uns auch dann wenn du in welche Krise steckst oder welche Krise noch kommt sie wird uns nicht verlassen ich habe ein paar Wochen nach gelesen Menschen die in Gaza verfolgt wurden oder kennen und die Menschen die Natur diese Erdbeben in wo war sie letztes Jahr eine große Erdbeben Geschichte die Menschen die nach sieben Tagen gerettet wurden was haben sie erzählt sie erzählen von Gottes Mutter Maria sagen sie war da sie hat mich besucht jeden Tag und sagen nicht eine zwei drei da sagen so viele andere Menschen Gaza heute das gleiche in Vatikan staunen das ist die letzte Nachricht aus Vatikan in Vatikan staunen sie dass so viele Araber heute sie sich taufen lassen wollen sie waren Muslims wie viele von ihnen waren Terroristen und heute Christen woher kommt das ist das nicht die Bibel wieder zurück der Saulus und Paulus Geschichte gerade das in Vatikan sie wissen das sie haben Statistiken es gibt keine Erklärung welche es gibt keine entweder glaubst du oder glaubst du nicht ich glaube die Zeit ist schon jetzt fast dann sagt er macht Schluss so sagt Pastor es reicht ich werde nicht vergessen eine kleine also ein meiner mona habe eine Kindermesse in Mischende und dann mit Mikrofon ich gehe mit den Kindern und alle entsprechenden Kinder und glaube dass meine Predigt war zu lang weil ich vielleicht da kommt ein fünfjähriges Kind zu mir wenn du hast gefragt wann bist du fertig ich sage ihm jetzt Amen Schluss ja bitte viele von uns die wir alle kennen und die wir mit uns sehr verbrauchen zu leben haben ein ganz aktueller und neuer Lebenshof mit den Priestern zusammen eine neue Initiative des Gebets gegeben in den Pfarreien in den Kirchen aber in den Familien zuhause und da bedarf eines Wollens eines Miteinanders und da frage ich mich wo sind die Menschen die damit machen neue Initiativen zu nehmen in der Familie zu reden so wie die Mutter Gottes in die Meteorologie zeigt wie die Familie gerätet werden soll und durch das gewählt in der Familie das sehr schnell auch in Meteorologie dass das die Pfarrei erledigt das auch die Pfarrei